Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Darf ich dich schnell stören? Hallo Maximilian! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich muss jetzt arbeiten. Alles? Was macht man denn jetzt so? Ich mache Bücher, ich bin in einem Buchverlag. Was sind das für Tools hier in den Ohren? Plaks und jenes. Das ist dreueckig? Ja! Dreueckig, das habe ich noch nie gesehen. Wie geht denn das? Ja genau, rein und fertig. Hast du Piercing? Tattoos? Ja, ein paar. Jetzt wollen wir eins sehen. Ja, da habe ich eins. Oh, pass auf. Das sind nur so kleine. Ja, die habe ich mir selber gemacht. Was? Wie machst du das? Ja, mit Nadeln und Tinten, die ich dann bei einem Tetowierer zu fragen bin. Nein, aber die kennt ja gar nichts. Nein, ich wollte mit dir um ein Nokia spielen. So auch, ein Nokia Lumia. Jawohl, jawohl. Und irgendeine Strafe habe ich mir ausgedenkt. Eine Strafe? Aber die ist für dich viel zu mild. Ja, das habe ich gemerkt. Nein, ich habe eine ganz andere Strafe. Ich habe eine ganz andere Strafe. Wenn du so drauf bist. Ich färbe dir eine Augenbraue. Okay. Ja. Also, bist du dabei? Darf ich zuerst wissen, um was es geht? Um das Nokia? Um das Nokia? Okay, ich bin dabei. Also, super. Super. Machen wir die Augenbrauen? Ja. Also, das freut mich. Um was geht denn das Schönes? Oh mein Gott. Das ist ganz einfach. Rechenaufgaben. Bist du gut im Rechen? Nein. Nein. Oh. Wollen wir sie jetzt gleich schon blau streichen? Ich bin ultra schlecht in dem. Ich bin mega schlecht. Ja, dann wird es schwierig jetzt. Oh Maria. Aber weglaufen ist nicht mehr. Hier haben wir eine Rechenaufgabe. Gut. Also. Bist du bereit? Ja, muss. Achtung. Fertig. 10. 9. 5. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Nein.